Hektar, Polly, Moe Hallo, Servus, Willkommen zurück zu Open Game Day, ich bin der Moe, und der Paul, und der Hector, und wir spielen LittleBigPlanet, Drive, Drive, und wir gehen jetzt zum Sekurat. Und wir müssen irgendeinen anderen befreien, ich weiß nicht, wir müssen irgendeinen Helden wieder befreien. Hero, Hero, hör du, erst mal laden. Ja man, du musst ein Sacktaschen Power Up nicht, was steht da, ablegen, bevor du kletterst und da etwas greifst, das passiert automatisch. Wie automatisch? Wie automatatisch. Autastisch, automatastisch. Wieso machen die das Geld, das kann kein Mensch lesen auf dem weisen Ende, hätten sie es doch so Türkis machen können. Türkis. Yeah, yeah. Es schneit ja. Sykulot. Geht's zu allein? Nein. Nein. Na gut. Euer Ernst? Is this your Ernst? Schelle. Ey. Wundervoll, wundervoll. Oh. Genau. Los, Schlaumeier. Sei doch nicht so. Sei doch nicht so. Lass uns wieder Freunde sein. Gegrüsst, seltsames Sackding. Pampalmaché ist mein Name. Und dieser Ort ist die Ziggurat, meine allerschönste Schöpfung. Priat. Es ist nicht auch ein bisschen rassistisch, was die da gerade abziehen. Wieso? Verschiedene Völker. Das ist nicht, bitte. Also was ich... Vitali. Mich nette. Weißt du noch, wann wir getrunken haben, unsere letzte Bier? Nee, aufgemacht haben, unsere letzte Bier. Hm, hm. War gestern. Switch, we roll it. Priat. Aber ich bin mir sicher, es gibt da Leute, die herkommen, die... Hey, weißt du noch, wann wir das letzte Bier aufgemacht haben? Jo, gestern. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ihr checkt es nicht. Ihr checkt es einfach nicht. Interessantes Spiel. Ich will damit sagen, man muss nicht zwangsläufig... Ach, aber man hat mir das letzte Bier aufgemacht. Nur weil man aus der Gegend kommt. Weißt du, was ich meine? Aber es ist viel schöner. Es macht wesentlich mehr Spaß, definitiv. Aber es ist nicht richtig. Ich würde mir jetzt so einen Akzent machen. Na, ob richtig oder nicht, ist ja wurscht, aber... Es ist nur noch Windmühlen und... Ich würde sagen, es ist nicht zwangsläufig so, nur weil dir der Herrge muss so reden. Komma, jetzt mal. Maybe he talks like this, man. Da. Go and shoot them bastards. Granada, man. Granada. I'm gonna throw the granada into his face. It's gonna be explosion, man. No, what I'm saying. Ah, ja, dürfen wir jetzt endlich mal wieder. Auf nach links, oder? Einfach mal, ja. Gehen wir einfach mal links. So, finde die Mürmel. So, was sind wir hier? Gut. Ja, da gehen wir jetzt einfach rein. Jungs, wir gehen rein. Okay. Wir wollen da rein. Ta-ta. Ta-ta. Was? Was schaust du mich jetzt so an? Einfach so. Was? Behalte littlebigplanet.com Okay, jetzt. Wieso können die das nicht einfach in der Farbe machen, die man lesen kann? Weil die sehr langweilig wäre sonst. Ach so. Musst du jetzt so ein bisschen Balkan-mäßig reden? Willkommen da aus der Richtung. Weil dem sonst langweilig wäre. Warum sonst langweilig wäre. Warum sonst langweilig? Du nicht verstehen. Ich weiß nicht. Warum? Bist du kein Türke? Nein. Warum nicht? Gesundheit. Yeti! Ja! Ja! Okay, und jetzt? Sind wir ein Yeti. Oh, geil. Ich bin ne blaue, okay. Mit dem linken Stick sagst du dem Yeti, in welche Richtung er läuft. Ach so, wir sind Yeti, Jungs. Yes. Und verreckt. Aber alle, aber alle. Geh mal kurz nach unten, weil ich glaub, da war auch nochmal so Heizplatte. Ja. Genau. Wart mal. Wart mal, Jungs. Was denn? Geht's weiter, glaub ich. Entschuldigung. Na, dann musst du schon komplett außenrum. Sehr gut. Hab ich mal. Oh, Mann. Jawohl. Wieso? Wieso? Will das jetzt haben? Danke. Ich versuch's erstmal. Jetzt versuch's nochmal. Das ist immer die Scheiße. Dann schwenkst du wieder zurück zu den anderen. Neues mit. Und egal, wie weit der andere ist, hüpf einfach runter, Mann. Das ist dein scheiß Ernst. Hüpf einfach runter. Oh, wie ein Glück. Ich wär jetzt echt in die Flammen gefallen. Was? Ich hätt's geschafft. Oh, schade. Egal. Ist ja wenigstens wieder hier. Hallo. Oh, hasse ich das. Versteh ich ja. Da müssen wir uns alle... Rüttig schät. Halt. Genau. Fick dich! Oh. Was seid ihr denn? Lass' ihm ab. Kleine Löchis. Na, okay. Dann muss ich wirklich gescheit springen. Ja, jetzt mach halt. Kommst du jetzt hoch? Klar kommst du da hoch. Kommst du nicht von hier aus. Na doch. Bestimmt. Irgendwie muss das gehen. Kommst du mal zurück hoch nochmal schnell. Irgendwie muss es da hoch gehen. Ne. Hüpfen wir mal da drüben auf das Ding. Dann ist nochmal runter und zurück. Der ist genauso hoch. Muss aber gehen, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. Da kommt dann ja auch irgendwas. Na ja, lass's mir nur zurück. Das ist schon recht. Ah, jetzt weiß ich, wie wir da hochkommen. Pass auf. Und jetzt. Jetzt warte, Heiko. Jetzt holen wir schnell Mono. Weil die sein muss. Das nächste Mal lass ich die auch zurück. nicht. Das mag er nicht, oder? Fickzeug, Ali. Du musst nach unten und nach oben und dann nochmal drauf springen. Ja, und jetzt nochmal. Ja. Ja, oder so. Leck mich. Springen. Bevor, also bevor du. Leck mich. Leck mich doch. Ja, genau. Passt schon. Fick. Hm? Keine Chance. Ups. Danke. Gerne. Hm, sehr gut. Noch mehr? Ich glaube nicht. Nope, nein. So, da la. Geht's nicht. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Achso, da. Ja, hier. Da geht's weiter. Passt schon. Alles okay. Alles okay, kann doch fahren. Das war jetzt wieder. Ups. Oh, oh. Nein! Boah. Wieso rennt der auch so weit? Wichser. Ich glaube, du hast den Arsch. Blöder Wichser. Nein, verdammte Scheiße! Habe ich alles? Kack, Scheiße. Ja, habe ich. So. So. Oh. Lauft. Lauft. Ihren Namen. Nein, dann flieht Ihren Namen. So war das. Warte mal. Bist du irgendwas? Nein, das ist nichts. Das kann man aber alleine scheinbar. Yes, yes, jo. Boah. Wundervoll. Wo bin ich da? Jawoll. Das war nicht souverän. Die war schräglich. Drei gleiche Deppen, nur einer hat es geschafft. Ja? Der hässlichste. Der hässlichste. Der hässlichste. Du bist voll hübsch. Ja, ja. Wer ist da jetzt irgendwo? Ich hab. Nein, was steht denn da noch? Achso. Weil ich Farbenblende und so. Achso. Ja. Verstehe. Und wieder zurück. Wieso zurück? Warum? Ja, da geht es nicht weiter. Wo? Ja, wenn man sonst denkt. Jetzt komm nochmal her. Okay. Da haben wir auch am besten. Ich war mir sehr ganz sicher, wer was gesagt hat. Wer nicht Farbe war. Ja, und jetzt? Ah, YOLO. Ah, klar. Ja, genau. Leck nicht am Arsch. Oh Gott. Oder macht das? Ja, okay. Ich bin gerade selber überrascht ohne Witz. Also. Okay, und los. Woa. Ah. Na, das läuft doch. Nach rechts. Nach geradeaus nicht nach rechts, okay? Ihr müsst... Ihr habt alles richtig gemacht. Das hat sich. Diese scheiß Checkpoints, Mann. Ja, das können wir jetzt wieder nicht schaffen, weil der eine kommt gleich wieder am Checkpoint raus und dann sehen wir immer, wo wir hin müssen. Genau. Ja, lass den halt einfach... Geht's weiter? Der andere soll verrecken. Ja. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Entweder schaffen sie alle oder keiner. Weil diese Kack-Checkpoints dann funktionieren gescheit. Jetzt. Boah. Wie hat's gelegt? Na, also. Mürmel. Mürmel. Die holen wir uns noch, oder? Klar, wollen wir uns zum Mürmel. Schösser. Oh, komm. Jawoll. Nicht dein fucking Ernst. Ich bin irgendwo... Ich bleib jetzt einfach mal hier. Das ist nicht sein fucking Scheiß Ernst. Wehe. Der kommt wieder. Natürlich. Ich bringe mich einfach um, warte. Oder gehe einfach weiter, ja. Mürmel time. Oh, diese Checkpoints machen einen wahnsinnig. Mürmel time. So. Naja. Naja. Das sieht kein Schwanz. Das ist eigentlich echt gut, hey. Ja, stimmt eigentlich. Gut, nun gab es auch nicht so viele Verstecke, muss man dazu sagen. Aber wir haben sie fast überhaupt nicht gefunden. Ja. Gott sei Dank. Zum Glück. So, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Open Game Night. Ich bin der Mo. Ich bin der Paul. Ich bin der Hector. Und mach's gut. Prütti. Servus. Nach einer kurzen Werbepause. Was? Ich weiß. Das dauert auch bis zum Gläte. Ja. Wir können aber hier wählen. Wink er den Beat? Was ist der Beat? Yeah. Mürmel power. Mürmel time. Mürmel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020